Willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit dem Rickus und dem Zellos. Hallo. Halli Hallöchen. Ja und dem Tobias als Gast und ein Sir Wintersnow möchte mit mir traden. Ich bin hinten übrigens. Muss jetzt nicht sein. Ne muss nicht sein. Ja letztes Spiel für heute. Letztes Spiel für heute und wir spielen gegen einen Clan. Wow das war cool. Wie heißt der Clan denn da können wir uns wieder über den lustig machen? THCH. THCH. Sie oder se? Na THC ist doch wohl bekannt oder? THC kennt man doch. Kennt man gar nicht. Die sind THC high in dem Fall. Die sind high auf THC. Genau. THC. The Holy. Keine Ahnung. Church. The Church Holy Holy. Die Heilige Kirche. Oh nein. Achso wir sind jetzt ja vier. Vollkommen irritierend hier. Ja eben. Ich bin gar nicht mehr gewohnt hier dass so viele Leute hier rumwuseln. Ja es ist ein bisschen merkwürdig. Das Brett ist aber auch größer oder? Ne. Boah schönes Eigentor. Eigentor? Wie Eigentor? Ja Eigentor. Oder nicht? Ne der Pillimann hat es gemacht. Der Pillamann hat es gemacht. Achso einer von uns war da noch dran. Okay ja das konnte ich auch nicht mehr halten. Wow. Na toll Tobias. Guter Start. Aber keine Sorge gemacht. Nicht so schlimm. Halb so blöd ist gut. Wir sind sowieso keine Topspieler. ESL fähig sind wir auch nicht. Ich schon. Ich könnte mich bei der ESL anmelden. Also bin ich ESL fähig. Also ich würde zwar alles verlieren oder würde mich nicht qualifizieren. Aber ich bin fähig. Ja so. So gesehen ist jeder ESL fähig. Gott. Ich bin grad irgendwie nur noch scheiße zusammen. Ich werde jetzt grad auch nur die ganze Zeit durchgegengeboxt. Das hat einer mehr jetzt. Das wird's nicht vergessen. Mhm. Ein bisschen mehr Gewusel. Ja ich komm da gerade irgendwie gar nicht drauf klar. Vielleicht sollte ich nicht Gomez im Viererspiel machen. Oh Gott. Ich werde hier nur gerammt. Ja das ist das Problem im Vierer. Ja. Fühlt sich auch so an bei mir. So minimal. Ich hab das Gefühl dass der Ball ständig hin und her wackelt. Also es liegt daran dass da tausend Leute unterwegs sind und den Ball anhauen. Das Spiel kann er es nicht darstellen. Acht Leute gleichzeitig auf dem Spiel. Ja komm komm. Gomez. Nein. Wie kann der nicht reingehen. Ich hab ihn doch berührt. Ja. Die gute alte Zeit. Wie konnte der nicht rein. Oh. Ah da ging aber auch nicht rein gerade. Sehr vorbildlich an der Stelle. Ich bleib in der Mitte. Ja. Ich bin ja auch Oliver Kahn. Die haben Angst gehabt. Oh. Titan. Titan. Oliver Kahn. Ich hab immer noch das Bild irgendwo rumfahren. Das war das Dichlor ne. Ja das war das Dichlor. Ich hab noch den Rob mit einem Robbenkopf. Ah sehr schön. Sehr schön. Ah Tobi hat ein Problem mit dem Ping hat er gerade geschrieben. Okay. Ah verstehe. Kein Problem. Das berecht dich immer noch nicht zum Eigentor. War doch ein schönes Eigentor wenigstens. Hallo. Ja das stimmt. Ja das war tatsächlich ein sehr schönes Eigentor. Viel besser hätte man es nicht machen können. Stimmt. Oh oh. Ne das ist alles. Alles safe. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Warum eigentlich? Du sollst doch keine Angst haben Mensch. Der Ball kommt aber auch gar nicht aus unserer Hälfte raus hier. Ne. Überhaupt nicht. Ne. Ich muss mal den Verteidigungs-Gormes machen. Verteidigungsmodus. Mach doch mal den. Den Süle. Den Süle. Nein nicht den Westermann. Der ist viel zu langsam. Den Gefahrenhorst. Frank Fahrenhorst. Kennt ihr den noch? Rekos. Kennst du den noch? Wo hat er gespielt? Unter anderem Bochum, Hannover. Boah. Den haben die immer Gefahrenhorst. genannt weil er so viele Fehler gemacht hat in der Verteidigung. Ne also ich. Mein. 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 Größte. Oder das ist das Böse zu meinen. Witzfigur in diesem Bezug ist wirklich Heiko Westermann. Ja der langsamste Verteidiger der Welt. Der war. Der hat doch immer so. So unglaubliche Dinge gemacht. Also so völlig unvorhersehbare Teile. Der war natürlich. Das war auch so ein Typ. Der war. Zeitlang war der gut. Vom menschlichen her. Der war ein absolut Topmann. Also das war was man. Was man so mitbekommen hat von denen. Niemals irgendwelche. Ja. Und der hat bei Arminia gespielt. Das werdet ihr auch noch auf. Und bei Hamburg. Ja das werdet ihr dem wieder ab. Aber. Er hat aber auch bei Arminia gespielt. War da sogar glaube ich Kapitän bei Arminia. Ja. Wer die richtige Einstellung hat. Ist ja auch der der Kapitän sein soll. Ich meine das ist ja manchmal komische Dinge. Gommes. Oh der kam. Oh. Nein. Das ist nicht zu glauben ey. Was da vorne los ist. Das ist nicht zu glauben. Was da vorne los ist. Ja. Aber ich werde noch einen rein machen. In diesem Spiel. Das Zitat. Das sollten wir zur Seite legen. Ja. Los Leute. Eine Minute. Ja. Ich gehe nach vorne. Ja. Ja. Eine Minute noch. Gommes. Oh. Ich wurde geschubst. Gibt es da keinen Elfmeter wenn du geschubst wirst im Strafraum. Weiß ich auch nicht. Der hat auf meinem Trikot gezogen. Auf meinem Trikot gezogen. Ja. Jetzt hat mich Tobi hier. Ich fühle mich emotional belästigt. Bitte nicht den Torwart weghauen Tobi. Ich bin der Torwart. Nicht der Torwart möchte nicht mehr gern werden. Ich, 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 ich insistiere auf meiner Unversehrtheit. Ach was du schon wieder meinst. Dass du schon wieder insistierst hier. Hochgeschubst. Du kannst insistierst gar nicht schreiben. Ja ja. Ist gar nicht zu schwer zu schreiben. Trotzdem kannst du es nicht. Deswegen kann ich es nicht schreiben. Ich habe keinen Stift. Ah. Verstehe. Natürlich. Deshalb. Oh der kommt. Sagen wir es mal so. Wir müssen. Wir müssen. Tor. 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 Ah. Jungs. Was ist da los? Gommes. Wir brauchen dich. Was? Ich hatte kein Turbo mehr. Nein. Gommes. Oh. Ich gehe genau nicht mehr hoch. Oh. Oh. THC Holstein heißen sie übrigens. Um eure. Ja die Heilige. The Holy Church Holstein. The Church Holstein. Okay. Ja wo soll THC sonst stehen? Für. The Holy Crap. Trihydrochlorid oder wie das heißt? Kann auch sein. Ja. Wir werden es niemals erfahren. Okay. Zumindest. Ich habe jetzt auch völlig einen Mist erzählt. Ist auch egal. Wahrscheinlich schon. Wie in jedem anderen Part. Gut. Das war es erstmal für heute und für diesen Part mit Rocket League. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Aus rein und tschau tschau. Tschüss.